Was gibt's? Na, wie sieht es aus mit einer Sexspiel- Ist in Arbe. Ich komme später. Ich sehe ruhig seine Herzfrequenz. Ja, gut, also die haben, ähm, keine Ahnung von dem Brommer. Weißt du was? Ja. Bleib still. Okay. Dann, kann ich schon nur mit den Infos, die ich hab, schon versuchen. Kann ich dir helfen? Also. Oh, ähm, hm, hm. War heute. Oh, also kannst du ihn. Sein Name ist, als ob ich mir ein Mal. Weißt du noch? Grauer Bart. Zerzau. Bei diesen ganzen bärtigen Hipster. Weißt du noch mehr? Er trägt so eine Alten. Das ist nicht gerade eine. Weißt du noch mehr? Er ist wohl stark. Er raucht, wenn du mir sagst, welche Marke er bevorzugt oder auch nicht. Weißt du noch mehr über? Immer. Ja, ja. Okay. Ähm. Rauchen. Bis später. Aber vor, wenn ich mir hier nicht herkutschieren muss, vor dem, vor der Kneipe war ja ein Aschenbecher. Die Jungs im Salon de Lézard sagten, der Drummer hätte geraucht. Ja, eine Schachtel Camel Toe. Von der Marke habe ich noch nie gehört. Ein interessanter Hinweis. Hm. Gut. Hm. Wieder zurück. Hm. Tschuldigung. Kann ich dir helfen? Also. Waha. Kannst du. Raucht diese komische Zigarette Camel Toe? Erinnert mich auf jeden Fall nicht an einen Drummer. Weißt du noch mehr über? Nein. Im Moment nicht. Ah, vielleicht könnte ich mich erinnern. Name, Kleidung, Gesichtsmerkmale, Beschreibung. Ja, ja. Was soll ich denn noch alles? Bis später. Zigaretten der Marke Camel Toe. Die müssen dem Drummer Sticks geben. Es sind noch. Hier sitzt er ja nicht zufällig noch, ne? Eigentum der Ostindien Münzout Lefty scheint den aber ätl. Okay. Setschu an Soße. Das ist ein Spin-Off mit Rick und Morty. Hm. Okay. Hm. 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 Hier im Store neue Informationen über irgendwas. Brauche ich hier eventuell. Was gibt's? Wollt ihr wirklich euer Gans? Ich ne. Was? Ich möchte drin. Dass du ein. Hm. Ich komm. Was gibt's? Ich komm später. Hey. Finger. Dafür braucht man. Hm. Geht's brauche noch. Ja. Ich darf nur nicht nach oben. Okay. Hm. Okay. Ähm. Ich kann nur hier irgendwas machen. Ich weiß noch nicht was. Darf ich jetzt eventuell die Schere haben? Ich weiß noch nicht. Die beiden Sachen von... das hilft mir nicht besser nicht das ist gut so wie es ist eher nicht das würde das gibt die altersfreiheit das hilft mir nicht das gibt das lässt sich das hilft mir das lässt die beiden sachen die käms wenn ich mir doch danke lary kannst du bitte mein bus schneider das ist das kaputte rohr das besser nicht das hilft mir nicht das würde danach trotzdem weiter nach nichts schmecken die beiden sachen funkt kommt nicht weiter kann ich dann noch machen wirkt überwiegend der abgrund blickt in mich da lebt jemand auf grob der würde mir sowieso nicht der zweitschönste bus er meint dass wir unsere seele verkaufen wenn wir hier im salon auftreten er will einfach nicht einsehen dass das unsere große chance ist stattdessen hängt er in den hat auf jeden fall einige probleme besonders mit alkohol und glücksspiel naja niemand ist ein interesse ok alkohol und glücksspiel bis nach alkohol und glücksspiel ok muss ich also nochmal fragen hm kann ich dir helfen also also kannst du ihn er hat probleme mit alkohol ach so der drummer sag das doch gleich den findest du sicher am pier 69 wo er seine kohle beim glücksspiel verballert pier 69 ist direkt am ende der nyball street nimm dir am besten ein unter hier 69 zu unter hinzugefügt ok aha so was gibt es denn alles hier kann ich nur wieder ein poster hinhängen sehr gut und eins wenig und hier sind wieder becky und lands becky hallo becky hey das ist der typ von dem ich dir erzählt habe dieser larry der hat mir was in den drink gemischt und wollte dann über mich herfallen stimmt das stimmt das ich stehe nicht auf kotzende frauen bleib von mir weg du creep ich hab zwar dadurch voll den support meiner community bekommen aber das war richtig kranke scheiße tu so etwas nie wieder mhm ehrenwort gut hey du hältst dich von becky fern klar wer bist du denn lands was machst du so lands ich bin fitness trainer und arbeite im gym auf dem strip wenn du richtig in form kommen willst frag mich waschbrett bauch und starker bizeps habe ich am liebsten äh sind meine spezialität meine ich ja ist klar ist becky deine freundin lands ist mein date sind seine muskeln nicht on fleek er ist der perfekte insta husband ich bin eben total der frauentyp ein glück dass ich auch total auf frauen stehe ausschließlich kann ich dir noch was nein bis später hm bullauge gibt es auch noch einen strand fest verschlossen durch das bullauge kann ich in den frauen dich werde ich nie in so einem raum eingesperrt also passiert das nachher noch man kennt das doch schon man kennt das ohne guten grund werde ich sogar der dreck am strand von juli okay kein grund kann gut dann reingehen das ist sechs münz präge maschine man muss etwas ein den zahn sollte gehen das ist ja die maschine eine dublone sollte als zahlung außerdem bin ich ja nicht ja guck waldraut äh münz münz 100 dollar ich nehme aber nur cash so viel geld habe ich nicht naja ich würde es auch gegen ein außergewöhnliches second hand objekt eintauschen ich versuche so was aufzutreiben außergewöhnliche second hand objekt ok was ist das für eine komische figur das ist eine sehr seltene sleaze wars figur die sklavenprinzessin hat sogar einen abnehmbaren gold bikini unglaublich wertvoll immer noch original verpackt sogar die luft darin ist noch aus den siebziger jahren münz 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 die figur gern mach 1000 dollar münz stöpselartige schachfigur ne ist klar hier kann ich wieder ein poster hinhängen ich nehme erstmal den flyer und eins hier steht irgendwas darüber dass durch sogenannte e zigaretten die gehirnströme der menschen kontrolliert werden ja das macht absolut Sinn alter corndock gruselig wie können nein ich trau ein champagner kühlhaltegerät das ist der fachausdruck dafür hier kann man die äußern der ist schön kühl die tür im altar ist verschlossen ich denke dass dieses stück ausgefeilter technologie dazu da ist ein buch zu halten ach er muss ein buch drauf oh wer lässt denn so etwas unbewacht ach so der diamant ist nur aus plastik scharfkantig ok kerzenstecken da fehlen noch die kerzen so ähm dann ziemlich ramponiert lange hält das nicht mehr durch das muss die klappe die ist zugeschraubt ich trau mich jetzt mal mit sticks na komm schon für die richtige diesmal bingo jackpot gib mir irgendwas baby sticks wer will das wissen ich bin larry larry leffer limma schickt mich bist du sticks ja lass mich in ruhe limma ist ein heißer feger was eine nervensäge sticks hör auf mit den pferdewetten sticks hör auf mit dem hütchenspiel sticks hör auf mit dem hot dog wet essen sie lässt mich einfach nicht die person sein die ich bin ich mag ja die stones du siehst total wie ein rocker aus danke tröste dich mir geht's mit dem dauernd so schlagzeug hat ja kaum was mit musik zu tun naja stimmt wohl immerhin ist es laut komm mit lemma wartet auf dich auf keinen fall sie will dass wir in dieser grässlichen hipster bar auftreten da gibt's kein bier da gibt's nur smoothies wenn lemma sich dem kapitalistischen schweinesystem hingeben will ohne mich du kannst dir ausrichten dass ich aus der band aussteige ok hey ja ich bin larry leffer und ich wette du heißt dusty rabbit sag mal geht's noch dir ist schon klar dass du ganz tief in die klischeehafte und rassistische schublade greifst guck mal ein rauchender indianer der hat sicher einen namen mit qualm und tiernamen oh tut mir leid ich wollte nicht unhöflich sein wie heißt du denn smoky beer was machst du so ich würde mich raten du vermutest jetzt dass ich hier glücksspiel veranstalte so wie wir das damals in unserem reservat durften richtig auf so eine klischeehafte idee würde ich nie kommen naja jedenfalls gehört mir tatsächlich das älteste casino von new lost wages es ist aber nur ein böses gerücht dass meine vorfahren es auf einem alten indianer friedhof gebaut hätten und alle deswegen immer verlieren du hast aber eine komische zigarette hast du noch nie eine e friedenspfeife gesehen e wie extrapulations annäherungskurve e wie elektrisch bist du ein roboter du bist wohl echt von gestern eine elektrische zigarette verdampft ihre inhaltsstoffe und kommt ohne nikotin aus die modernen flüssigkeiten die verdampft werden bestehen aus ganz natürlichen zutaten liquid mensch kann ich diese e zigarette haben auf keinen fall mein körper braucht diese organischen stoffe die die zigarette verdampft ich habe noch nie gehört dass diese e zigaretten irgendwie schädlich sein sollten mhm bis später verflucht das warum eigentlich lucas warum nicht nein vielleicht später gut also kann ich jetzt tatsächlich erstmal nichts weiter machen außer immer zu sagen dass sie dass er die band verlässt Lämmer ich hab was Stix sagt dass er aus der band dieser verfluchte lässt mich einfach so hängen dabei könnte der nächste gig unser okay das war's die band ich habe keinen drummer mehr und meine gitarre ist auch noch geklaut worden ohne die gitarre fällt das konzert ins wasser gibt noch nicht auf vielleicht kann ich noch etwas ausrichten ich werde schon rausfinden wo die gitarre ist ich lasse mich gern von dir überraschen was gibt's wo hast du deine gitarre das letzte mal gesehen sie war die ganze zeit in meinem gitarrenkoffer bei der tür ich werde schon rausfinden ich werde schon rausfinden bis nachher gitarren gitarrenkoffer bei der tür hat er die gitarre wurde die stammt aus einem nachtclub namens hellsporn die adresse steht hier auch hellsporn wurde zu unter hin zugefügt da bin ich gespannt es ist klar hier ist wieder ein poster und ein hinter den gittern ist eine gefängniszelle ich möchte nicht in das ladies das muss lämmers hey hallo ich bin zeppe zeppe nein zeppe tut mir leid ich spreche kein kanadisch das ist ach vergiss es die gitarre hier ist gestohlen was kann gar nicht sein ich hab die gitarre rechtmäßig gekauft von wem hast du sie gekauft ich habe die gitarre von der netten älteren dame aus der leisure suite frag sie ruhig sie wird es dir bestätigen was ist das für ein schuppen jetzt sag bloß dass du nicht den angesagtesten club der stadt kennst trau keinem club der sich im boden befindet hellsporn der club der reichen und schönen du bist offensichtlich weh verdammt ich hab den club aus weiß im anderen ferrari gelassen und den hat einer deiner diener vermutlich im falschen deiner parkhäuser abgestellt woher weißt du das was passiert denn da drin exklusive sachen zu exklusiv für jemanden wie dich der club könnte froh sein jemanden wie mich als gast einigen wir uns aber wenn du jemanden kennst der hier eine exklusive außergewöhnliche wir sind immer auf der suche nach also ich kann unverbrauch kenne ich erin wäre perfekt für erin sie zeigt halt naja weißt schon und dann macht sie so alles vor der kamera aber sie möchte auf die große bühne ich müsste mich vorher schon komm mit ich bin der türsteher von hellsporn ok sie hat eine show im internet ach dem internet vertraue ich nicht vertraue mir allen wenn ich mir dich so anschaue kann ich mir besorge mir einfach irgendwas damit ich sehen kann was sie bietet am besten wäre eine kostprobe ist türsteher eigentlich ein ausbildungsberuf wenn man es richtig lernen will klar ich war aber nur in abendkursen sag's nicht weiter aber ich habe sogar eine brustverbreiterung gut ok ich komme spät äh polizeirevier früher war die polizei das new loss ok gibt es noch über die straße ne ansonsten kann ich nur da hin ratte hier gibt es noch ein paar sachen ich glaube die würde mich beißen und wer weiß welche die ratte sieht auf abflussrohr ist schon mal praktisch da kann ich ja hier das rohr übernieren das ist das das rohr ist hinüber das ganze stück austauschen bitte tu das na siehst du ja so nun sollte das so erst ziehen dann drehen dann ziehen ja beim ersten versuch direkt funktioniert genau wie beim sex also meistens melde gehorsamst operation brauerei abgeschlossen sehr gut ich muss zugeben dass ich dir das nicht zugetraut hätte das ist schließlich etwas handwerkliches allerdings muss sich die rezeptur verändern angeblich haben ein paar leute durchfall vom alten barbaren bräu bekommen ach was hier das rezept diese sachen brauche ich dafür wäre klasse wenn du mir die zutaten für das neue und verbesserte barbaren bräu bringen könntest ich schau mal was ich auftreiben kann ach äh und Larry wenn du willst kannst du gerne die brauerei benutzen solange sie außer betrieb ist ich habe alles automatisiert du wirfst einfach die zutaten rein und dann kann ich hier den drink abfüllen ähm ich komme vielleicht drauf zurück die zutaten die ich lefty besorgen soll etwas um den geschmack und den duft des bieres zu verstärken etwas um das bier zu einem richtigen kraftstoff zu machen etwas natürliches mit vitalisierendem effekt mhm das ist keine gute Idee eher nicht das würde ihm das ist keine gute Idee ok das wäre eine genießbare zutat aber ich wüsste nicht was ich gerade brauen sollte achja ok dann als automat hab ich auch schon die hat er genommen sehr gut ja was will ich denn ein mini vibrator ein mini vibrator ach so kauf ok ok mein lieblings obwohl also gibst du dann nur die citroen soße ich will die erst zapfen wenn ich auch etwas ok äh ich hab ich hab ich hab nur den gekülten slushy oder aber man braucht Reste das passt da nicht ähm dann hab ich nichts wo ich das das laufen lassen kann und die klebrige wand muss ich auch noch irgendwie trocken kriegen fühlt sich feucht an fühlt sich feucht an das ist gut so besser nicht ich gucke dann also zur zum sexshop zurück und die frau fragen warum sie das verkauft hat was gibt's hast du letztens eine gitarre verkauft was bin ich froh die wieder los geworden zu sein die pfandleierin hatte das dringende bedürfnis sich etwas delikate wäsche zu kaufen die man essen kann jedenfalls hatte sie nur die gitarre zum eintauschen und ich hab mich bereit schlagen ok ich mich seh also jetzt wieder zurück zum strand weil die pfandleierin der ding irgendwie hatte hallo was gibt's hat so ein typ bei dir letztens eine gitarre verpfändet ja das geschäft hatte ich letztens das war dieser typ da drüben bei den spielautomaten natürlich ist sticks eigentlich dein spitzname ach was das ist mein künstlername ich heiße ulrich sticks dänisch griechische vorfahren gestehe du hast die gitarre verpfändet ja ich gestehe das war die einzige möglichkeit aus der band noch etwas geld zu machen Geld das ich für meine investitionen brauchte Computerspiele mit Peniswitzen nein das hier Automaten nur die sind gut zu mir und verstehen mich dieser heute ganz besonders der Türsteher von Hells Pond glaubt mir nicht dass die Gitarre diebesgut ist du musst dem Türsteher erzählen ich habe gerade eine solange der Automat schön weiter Kohle ausspuckt ich habe mir gedacht bis später kriege ich den irgendwie dazu hinzugehen wie ist so aus Lagenverzüge mmmh das muss die Klappe für ziemlich ramponiert oh nein mit solchen Teilen habe ich schlechte erfah- besser nicht die Stöpsel von mir geschafft hier ist da eine Dublone sollte außerdem bin ich ja eine Dublone sollte als Zahlungsmittel im 21 außerdem bin ich ja nicht hm ist einfach Viertel Dollar werden hier ähm 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 so was jetzt Eher nicht im Moment ist wieder gekommen wo ich nicht weiter weiß nur noch ein ja das ist das auf dem Klo das kriege ich nicht dran geklebt weil ich das nicht trocken kriege wie soll ich das trocken kriegen sie sieht so aus als hätte da fühlt sich ah Mist die besser nicht das ist gut so wie es das ist gut so ja das würde es nicht zu einem würdigen das hilft mir besser nicht mmmh besser nicht das ist gut so besser nicht Kannst du mir noch irgendwie weiterhelfen? Du, ich hab... Ja, du klar. Ich war aber noch nie drin. Das könnten wir ändern. Sie suchen einen Show-Act, der etwas... Du bist etwas... Sie bräuchten aber eine Kostprobe deines... Doof. Ich kann jetzt nicht weg. Meine Show fängt gleich an. Dann nehmen wir dich halt... Auf was? VHS 2000. Hast du einen Schlaganfall? Ich meine, kannst du deine Show nicht aufzeichnen? Keine Ahnung, wie das geht. Ich streame nur. Ich brauche aber... Das muss warten. Meine F... Oh. Hey, was gibt's? Lass das liegen. Ich brauche für meine... Hm. 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 Blum. Hm. Wann? Da kommen die Zut... Da kommen die Zutanbrun, ja. Wo bin ich ja? Alte Regeln. Erst alles rein, dann kommt die Bewegung. Da kommen die... Da kommen die Zutaten. Kann ich dir helfen? Also... Bitte. Oho. Nix Neues. Was gibt's? Ich hab deine... Du hast sie? Nein, so ein Typ hat sie anscheinend gekauft und glaubt nicht, dass sie gestohlen... Was? Dann musst du die... Okay, ich... Geht nach mein Konzert, glaub mir. Bis nachher. Auf der Karte steht, Makar. Ein natürliches Produkt mit vitalisierender Kraft. Okay. Hey, Finger weg! Das ist das teuerste Stück im ganzen Laden. Und unverkäuflich. Das ist doch nur ein Lappen. Nein, es ist das Grabtuch. Das Grabtuch von Urin. Oh. Warum? Was macht es besonders? Es ist das Lack, mit dem Freddy Quicksilver begraben wurde. Der vom legendären Life-Aids-Konzert. Für Fans von Queef ist es das größte Heiligtum. Einige unserer Gäste kommen nur her, um dem Grabtuch ihre Ehrerbietung zu erweisen. Die gibt's immer noch? Ja, so richtig ernst kann man die nicht mehr nehmen. Früher waren die noch underground. Aber heute... Würdet ihr das Grabtuch gegen etwas eintauschen? Hm. Ich kann mir nur eins vorstellen, was uns mehr wert wäre als das Grabtuch von Urin. Ich auch. Eine Pula Reut. Was ist das denn? Die streng limitierte Vintage-Kamera von Prune, von der es nur ganz wenige Exemplare gibt. Die druckt direkt ein Foto aus und speichert es gar nicht digital ab. Jedes Foto ein Unikat. Die Bildqualität ist retromäßig total mies. Ist das nicht eine irre revolutionäre Idee? BJ ist einfach ein Genie. Sicher. Ich schaue, ob ich eine auftreiben kann. Okay. Was geht's? Ich bräuchte eine von diesen Sofort-Bild-Kameras. Du meinst unsere Prune-Pularoid-Vintage-Collector's Edition? Sorry, Kumpel. Aber die wird dein Budget echt übersteigen. Nachdem du aber bewiesen hast, dass du in der Lage bist, auch delikate Sachen zu besorgen? Ich hätte nicht gedacht, dass ich das jemals sagen würde. Aber ich habe echt keine Lust, noch mehr gebrauchte Frauenwäsche zu beschaffen. Nein, das meine ich nicht. Wir suchen schon ewig eine ganz seltene Actionfigur. Jan-Sylvester Willis? Wir suchen die Sklavenprinzessin aus Sleeswurst. Aber nur die Version mit dem abnehmbaren Gold-Bikini. Natürlich. Ich halte die Augen offen. Natürlich. Und die kriege ich nur, wenn ich irgendwann ein anderes, besonderes Retro-Stück... Äh, äh, da abliefern. Ich halte die Sklavenprinzessin aus. Ich halte die Sklavenprinzessin aus. Hallo. Was? Was ist das? Das ist klar unglaub. Die Figur. Gern. Macht tausend. Einigen wir uns. Nein. Die. Gern. Vielleicht danke, ich bra... Die... Nein, das... Die... Nein. Bisch... Tausend Dollar... Eine kleine Prinzessin und eine dicke... Nacktschnecke... Warum soll sowas tausend do... Hm, ist eine gute Frage... Warum kostet sowas tausend Dollar? Ich habe nichts, was ich eintauschen könnte... Glaube ich jedenfalls nicht... Eher nicht... Das würde ihr bestimmt nicht... Oh nein, mit solchen Teilen habe ich... Dreibeinig abhandelt... Na schnell... Besser nicht... Das ist gut so wie... Die ist zugeschra... Hallo Biff! Kann ich dir noch... Nein! Bis später... Okay, war es definitiv gerade nicht... Weiter... Es kommt noch... Wie auch... Du musst ja erst was in der... Kann ich dir... Also... Was kannst du... Katzenbilder... Sind einen... Hm... Bis später... Okay... Ich weiß tatsächlich gerade nicht weiter... Aber es ist auch jetzt schon wieder... Hart 12... Deswegen... Werde ich ihn... Stream jetzt ausmachen... Und auch die Aufnahme für YouTube beenden... Äh... Ich wünsche noch eine... Angenehme Nacht... Für die... Twitch Leute... Äh... Für YouTube sage ich... Bis zum nächsten Mal... Äh... Schau wieder rein... Liked das Video von mir aus... Oder... Daumen oder Glocke... Oder was weiß ich nicht... Mache einfach was ihr wollt... Kommentare unter... Und dann ist gut... Wir sehen uns im ersten Mal... Wir kennen uns nun im Moment...